Rai Bi Rai. Das bedeutet sinngemäß so viel wie, meine Stimme bekommt ihr nicht. Dieser Hashtag stand unter hunderttausenden Posts von Iranerinnen und Iranern in den sozialen Medien schon Wochen vor der Wahl. Die Gesellschaft ist frustriert, enttäuscht und erschöpft. Sie hat einen friedlichen Weg heute gewählt, ihren Unmut auszudrücken, den Boykott der Präsidentschaftswahlen. Denn sie sagen, das, was heute im Iran stattfand, war reine Show. Eine Wahl ohne Auswahl ist eben keine. Dieses Mal hat der ultrakonservative Wächterrat nicht einmal mehr einen Scheinreformkandidaten zugelassen. Dafür aber sechs politisch farblose Männer und einen vom ultrakonservativen Establishment präferierten Spitzenkandidaten, Ibrahim Raisi, der als sogenannter Blutrichter für Massenhinrichtungen mitverantwortlich ist. Die Mehrheit der Menschen im Iran hat sich dazu entschieden, dieses menschenverachtende religiöse System nicht mehr durch eine Wahl zu legitimieren. Die EU, die gerade in Wien mit genau diesem System ein neues, altes Atomabkommen verhandelt, sollte sich überlegen, ob sie den Vertretern der Islamischen Republik nicht ein paar Bedingungen stellt. Bedingungen wie die Einhaltung der Menschenrechte zum Beispiel. Während man in Wien verhandelt, werden Dutzende im Iran hingerichtet, politische Gefangene, Sportler, Angehörige religiöser Minderheiten. Die iransche Zivilbevölkerung hat sich zu einem mutigen Schritt entschieden. Die EU sollte es auch tun. Ja, ich weiß, was Realpolitik bedeutet. Aber dafür müssen wir nicht unsere europäischen Werte verkaufen. Ich weiß, was Real рос genau. Vielen Dank.